Der hat die Zeit seines Lebens. Was machen denn die Gegner? Was machen denn die Gegner? Der ist unsichtbar. Irgendeine Ente. Drowny, glaube ich. Wer ist denn da rausgesprungen? Nicht jetzt, die Schweine! Verpisst dich nicht. Keine Angst, der ist vielleicht noch. Alle, auf Stefan. Du fielst zweimal. Ich rupf hier die Fehlern raus. Warum? Ich will mir einen Toast bauen. Vorsicht. Das ist aber... Ich will nicht hauen. Ich will nicht hauen. Eine Armlänge Abstand. Ne, lass das! Das war schlau. Das war richtig schlau. Das war richtig schlau. Das war richtig schlau. Ja, ich weiß. Das war schön, wenn wir nun da drum heute mal zwei leiten müssen. Nein. Ich hätte es geschafft. Wieso? Was? 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 Was ist das? Was? Oh... Unwangel. Ah! Ich bin immer alles wundern. Lebt der Jörg an? Ja! Ja, nein! Jörg! 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 Marokkler schweckt immer! Jörg? Ja, natürlich! Halt dich fest! Du bist noch am Leben! Oh nein, jetzt habe ich wieder das Problem! Wie lasse ich los? Wie lasse ich denn los? Wie lasse ich denn los? Wie lasse ich denn los? Ich weiß nicht, wie es los war! Jörg! Ich will dich gar nicht sagen, aber ich kann nicht los machen! Weißt du, was es gibt? Ich glaube, jetzt habe ich doch fast alles gesehen! Na? Ein Robin Hood Musical! Ja, das kenne ich schon! Ich nehme euch alle mit! Ich nehme euch alle mit, wenn ich nicht loswerden kann! Nein! 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 Ah! Oh Gott! Wie lasse ich denn? Zwei Mal aufheben! Den Fisch schiebe ich mir jetzt auf für das nächste! Mit welcher Taste? Brownie, mit welcher Taste? Also die mit dem Controller zweimal aufheben! Ja und die ohne? Theoretisch zweimal die rechte Maustaste oder so, kann das sein? Oh oh! Keine Ahnung! Mit links bin ich! Ah! Mit zweimal links habe ich nicht! Na egal! So! Seid ihr behindert? Hehehehe! Die Bambi des Todes! Wie der Fisch mit euch umliegt! Wie der Fisch mit euch umliegt! Auch Shit! Ah! Dein Traffic! Die Südl hat sich schon! Warum habe ich das genommen? Ich habe wieder dasselbe Probleme! Ich wollte nicht immer nachnehmen! Heeeeh! Wieso? Der Lolli! Weil man rechts auch nicht! Was? Ja warum? Ich kann nicht aufheben! Der Hals doch nicht! Ich... Ja bei dem ersten Mal geht es vielleicht noch! Danach aber nicht mehr! Achso ja! Ich nehme mir einfach nichts mehr! Aber ich muss das doch... F! Fast F! Ja! Ich habe E! E! F! Und das ist gewünscht! Ja! Wenn ihr... Wenn ihr C war! Ich nicht! Nein! Nein! Ach! Hey! Ich hab hier mal drüber gehen müssen! Ich bin vorne mit dem Schlag auf! A! Ich hab hier! Ah! Nein! Hier! Au! Scheiße! Oh! Kältung! Kältung! Das könnte sich ausgehen! Nein! Oh! Der Fisch war schön! Kältung! Nein! 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 Oh! Oh! Oh mein Leid! Oh! Ich bin hier! Haha! Ich bin fast in der O! Ja! Bist du mal weg von mir gehen? Ja! Ich schmeiße immer die Schatten raus! Da kommt neue! Oh! Oh! Das ist meine Hamsterallergie! Das ist meine Hamsterallergie! Direkt die Bombe fliehen! Ja! 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 Wo war das doch mit diesem Film, Jörg? Was war das doch für ein Film mit dem ganzen... Halt dich fest! Halt dich fest! Halt du dich fest! Wie da sieht das scheiß Ding los? Nein! Ich verhau dich! 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 Hau dich! Oh nein, geh weg! Hilfe! Ich will runter! Nein! Haben wir dich? Nein! Schade, dass er nicht runtergefallen ist, ja! Ja! Nee, der ist jetzt hier da! Au! Nee, 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 nee! Au! Ich hab doch... Nicht so! Au! Au! Ich will nicht! Nein! Nein! Riech! Haha! Danke! Stopp! Mr. Unbefrieden hat es verzweifelt! Haha! Hey! Ich hab dich gar nicht so schlecht in dem Spiel! Alles kommt keiner! Nein! Nein! Ich hab dich hier gedacht! Nein! Jetzt ist es weg! Nein! Jetzt hab ich einmal gedacht! Ich bin ihn los! Lass mich los, Anja! Lass mich los! Ja! Oh! Wo war ich? Ach, da hat sich die Ausdaueranzeige! Ja! Oben ist der Kreis! Sehr praktisch! Ja, echt aber! Aua! Ich hab's kommen sehen! Was? Jöcke! Weiß du mal nicht! Ah! Da ist eine Bombe! Da ist eine Bombe! Da ist eine Bombe! Ja! Und? Ja! Oh! Ich hab's da! Da ist die noch falsch! Ja! Oh! Scheiße! Tschüss, Hunde! Oh! Oh! Oh, ich hab's da! Ja, tschüss! Oh! Ah! Oh nein! Ohhhh! Du wir so was, dass ich jetzt Chaot! Ähm, ja! Hab die falsche Tasche gefehlt! Ich hab mich selber kaum geschrieben. Ja, ne? Wie kannst du dich selber kaum geschrieben? Indem du den Kopf musst gegen so ein Fass machst. Ganz einfach. Oder gegen eine Wand hab ich auch schon gemacht. Ich hab die Fasse gedrückt. Zauber. Zauber. Respekt. Das hat sie los runtergebobst. Keine Gnade. Keine Gnade mit dem. Das ist ein Bild. Weg da. Weg da. Weg da. Alter, wie das Walross aussieht. Das Walross voll am T-Baggen hier. Das sieht aus richtig aus. Stay down. Das Name ist schön.